Sieht es soweit? Meine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die an glauben. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Grünen. Ich will dich in der Gemeinde rüben. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren alle Welt in Höhe. Und vor ihm anbieten alle Geschlechter der Heile. Denn der Herr ist das Reich und der Herr stohlt unter den Heilen. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Ich will sein dem Vater und dem Volk und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit machen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020